Nächste Position! Granate! Versuche ihn von der Seite anzugreifen! Ihr werft hier nicht auf die Barsche! Scheiße! Tauben, diese Position! Tauben Sieg! Tauben Sieg! Das war's für heute. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe eine Klaus-Radio-Thingam-Ajig. Ich sehe, ob meine Leute auf den Airwaves sind. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ARD Text im Auftrag des ZDF Rammat, der Kronn-Duel von der Nazi U-Bow-Fleet. Es ist ein Nuclear-Kanon auf diesem Boot. Er, korrekt! Wir sind ein Nuclear-Kanon. Ein Backbone auf dieses hier Magnificent-Fuckin-U-Bow-Captain. Ich gebe ihm das. Ich habe die Kription-Käse zu den Nuclear-Kanon in seinem Grave. Es wird nicht fangen? Nicht die Nuclear-War-Heads, nein. Ich habe ihn mit einem riesigen Atom-Bomb auf dem Deathset. So, wir holen die Kription-Käse. Die aktuelle Physikal-Nutel-Dekryption-Käse sind nicht auf dem Planet-Earth. Sie sind in der Nazi-Lunar-Base. Die Kampsen-U-Bow-Captain sind zu lernen. Wenn die Lunar-Base ist, das ist die größte Facilität die Nazis haben. Das ist wo sie alle ihre Top-Sekret-Käse diese Tage. Was ist dein Punkt? Caroline und Anja arbeiten an der Bucke-Richt-Käse. Ingelech, wir sind hier. Mein Vater taught mir diese Rhyme als Kind. Es gibt viele andere Songs für verschiedene Pläste. Oh, ich bin ein Korkadier-Dekker. Du fattest die Läu-Base. Du solltest die Läu-Base. Du solltest die Läu-Base. Oh! Komm her, bitte zu diesem Teil. Wir haben süß die Läu-Base desuites. Komm her, bitte zu ihr. Du solltest die Läu-Base. Weit uns in. Witte. Ich das Video gibt. Ich habe mich sehr warten im Moment. Ich kann mich darilich warten. Es gabliche mich, Ich wusste nicht, dass wir die Beziehung des Krieges haben wollen. Aber Dinge passiert schnell. Unsere Gatekeepers verletzten und etwas Exile versuchten. Wir haben begonnen, zu transferieren viel Wissen in die Regierungen, die die Nazis verletzten. Und es gab eine Hoffnung. Vor Zeit gab es Hoffnung, bis die Nazis nahm den Atomkorn. Aber es gab keine Hoffnung. Ich erinnere mich, wenn die Nachsüchern in den Ort, es war blieb mit Leben. Die Channels der Natur sind offen, aber jetzt, ich glaube, wir sind die letzte Mal zu besuchen. Hier sind wir, aber wir schauen. Warnen! Blah, 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 Bobbie. Just step inside. Hier ist ein Transition Chamber. Der Haupthof. Oh, wait, 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 what do you mean, warning? Yeah, warning, warning, the instructions are old and faded. Let's go. This we use to get to the main hall. I don't recognize these symbols. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go. You should go next there, Blazkowicz. I'll cover the rear, all right? Oh, let's move this around. Oh, let's move this around, stop. Oh, oh. Hey, Sophie, das ist ein sehr, sehr guter Ort. Das ist ein sehr guter Ort. Huh? Jesus Christ! What the hell is this thing? This is the secret vault out there. Now, first, we need to activate the magnetic fields and create an entryway. Now, this machine here, it controls the electromagnetic fields. Yes. Okay, are you ready, Ingele? One, two, three, go! Oh, yes. Oh, yes. Mr. Blazkowicz, show me your laser weapon, please. There. This is the Asiuchut prism that makes your laser beam attuned to the proper frequency. And you should be able to charge the magnetic coils. You see them? It's up there. I will work to get this thing going. What kind of place is this? This is an ancient place. Yeah? One of many. That Asiuchut built places like this before mankind knew of the compass. Oh. And you have people to show you. Oh, yes. I'll move this. That ship did very good. Oh. 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020